Frage, wirklich eine Frage. Warum sind die M1 Pro Cars so leistungsstark? 470 PS meint es. Also die Sauger, Pro Cars hatten zwischen 450 und 470 PS. Warum? Saugmotor 2,8? 3,5. 3,5 Sauger einzeln. Ja, trotzdem. Also die hatten als Sauger 470 PS als aufgeladen bis zu 1000. Das ist klar. Aber als Sauger 470. Ja, M1, riesengroße Legende. Ich bin mir sicher, ganz viele BMW-Fans kennen das auch. Das Auto auch gar nicht so im Detail, weil es eigentlich momentan gar nicht so einen großen Hype um das Auto gibt. Momentan ist es richtig still. Ja, der hat halt in den letzten zwei Jahren extrem viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir hatten letztes Jahr, 40 Jahre, da war immer schon immer was los. Er hat einen Riesensprung gemacht in den letzten vier, fünf Jahren. Okay. Also richtig gute... Momentan sehe ich nichts von dem. Hast du... Also ja, es gab ja diesen Scheunfund, der bei uns restauriert wurde, den ein Händler in Sizilien gefunden hat. Der Rest der Familie ja gedacht, da steht ein Ferrari in der Werkstatt oder in der Garage. Da waren sie ein bisschen enttäuscht. Er war auch rot. Auch nur BMW. Ja, nur BMW. Aber die Autos sind... Also so die krassen Autos, die Sammlerteile, die... So wie der jetzt zum Beispiel... Ach, ist das der? Nee, nee, nee. Das ist unser. Das ist unser Auto. Der hat um die 20.000 gelaufen und die Autos liegen 750 aufwärts. Aua. Ja. Ist auch ein richtig geiles Auto. Das Einzige, was da bei dem Auto immer schwierig ist, ist das Drinsitzen. Weil du hast richtig... Hab ich noch nie. Die haben das Auto... Also wenn du willst. Gerne. Ja. Die haben das Auto konstruiert. Motorsport sollte ja... War ja ein reines Formulationsauto. Und dann so der klassische Fehler zum Schluss. Scheiße, da muss ja noch einer drin sitzen. Mhm. Und du sitzt nicht ganz gerade drin, aber probier's einfach mal. Ja. Fühlt sich im ersten Moment an wie alte Ferraris. Oder so ein alter Lotus. Oh, der ist das aber wirklich nicht so geil. Also Sitzposition ist stark gewöhnungsbedürftig. Was für ein Baujahr ist das jetzt hier? Der müsste im 80er sein. 1980. Also war ja 79 bis 81. Also jetzt so alt wie ich der war. Also 78 bis 80. Und dann... Und der das Auto müsste im 79 oder 80er sein. Nee, 80 ist so drauf. Der Wagen ist so alt wie ich? Cooles Baujahr. War ja anfangs diese Kooperation mit Lamborghini. Wo man dann zum Schluss dann... Lamborghini war ja dann insolvent. Einige Kollegen, immer noch Kollegen, die mittlerweile auch in Rente sind. Es gab einen, der ist dann, als das Ganze rum ist, der in einer Nacht- und Nebelaktion ist, die zu Lamborghini gefahren. Und haben alle Sachen eingesammelt, die noch schnell BMW gehörten, weil sie Angst hatten, dass es danach weg ist. Ja, ja. Erklär uns mal ganz genau. Also Lamborghini und BMW, hat sie das Chassis zusammen gemacht? Ja. Also klar war, Motor kommt vom BMW. Klar war aber auch, gerade in dieser... Ich weiß nicht, ob man damals schon Supersportwagen-Klasse sagen sollte, hatte man sich dann auch gesagt, okay, lass uns ein anderes mehr Know-how noch in den Laden reinholen und lass uns sehen, ob wir da besser zusammenarbeiten können. Weil es war klar, dass Lamborghini da deutlich mehr Erfahrung hatte und dass man da irgendwie zusammenarbeiten kann. Und das war gerade in der Chassis-Entwicklung. Okay. Was ja auch schon wirklich sehr interessant ist, weil manche sich ja momentan über diese Supra-Toyota-Geschichte ziemlich lautstark unterhalten. Aber dabei ist es ja schon ein Teil der Vergangenheit so ein bisschen auch. Dass BMW das schon des Öfteren gemacht hat, auch hin und her. Und wer da der Größere ist und wer da der Profitierende ist, ist ja wirklich immer so eine dahingestellte Sache. Für Menschen natürlich das Emotionale, die Optik dann halt, aber oftmals ist vielleicht der, der das kleinere Teil gibt oder das Teil, was man nicht sieht, der wichtigere Part. Du, du hast es, also wenn du gerade in den Kooperationen dringst, guckst du ganz am Anfang, als wir angefangen haben Autos zu bauen, Ende der 20er Jahre, eigentlich Anfang der 30er Jahre, unsere ganzen Karosserien kamen aus Sindelfingen. Krass. Die erste eigene Fahrzeug, also das erste eigene Chassis, was BMW konstruiert hat, die haben das aufgezeichnet, also technische Zeitung, sind rübergefahren zu den Kollegen von Mercedes, haben sich das angeschaut und dann sagte der Kollege von Mercedes, also das ist dieser Heckteil vom Rahmen, würde ich nicht so machen. Das war das erste Mal, dass BMW gesagt hat, wir machen das jetzt mal so. Und es war aber damals ganz klar, BMW hatte ja, die haben ja von Null gestartet, die haben eine Firma gekauft, die Autos in Lizenzbau zusammengebaut haben. Also so das richtige Fahrzeugbauniveau und das ganze Know-how war einfach nicht da. Was machst du dann? Dann guckst du, wer kann dir helfen? Und das geht über die ganzen Jahrzehnte immer. Das war dann hier so. Und daraus ist das geworden. Genau. Schon geil. Toll. Das ist ein M1-Motor? Das ist der, genau, in Pro-Ka-Spezifikation. Mit Flachschieber? Jetzt können wir hier mal einen Flachschieber ganz, ganz cool zeigen, Leute. Oh, der ist gar nicht angeschlossen, ne? Ach, hier doch. Ja. So sieht man es aber, ja. Komm mal rüber. Mhm. Guck mal rein. Ah, hier ist es. Der große Vorteil bei einem Flachschieber ist natürlich, wenn du eine normale Drosselklappe hast, einen normalen Drosselbereich, dann hättest du ja immer den Bereich der Drosselklappe in der Mitte. Somit wäre das ein strömungs- nicht idealer Zustand. Dann hättest du immer wieder Verwirbelung und vor allen Dingen nutzt du nicht den vollen Durchmesser des Strömungskanals. Bei einem Flachschieber hast du bei Volllast ein Loch, als ob dann die Drosselklappe gewesen wäre. Und somit ist die Dosierung wirklich eigentlich identisch, aber die Volllast gibt dir bestimmt 15, 10 Prozent mehr Strömungsvolumen und vor allen Dingen keine Verwirbelung. Und das alleine, würde ich sagen, ist auch wieder eine Leistungsstärkung von bestimmt 5 Prozent. Nur der Flachschieber an sich. Und so ein Ding macht jetzt 400.000 Watt PS oder was? 470 bei 9000 und dritt. Neun? Neun. Mit Carjetronic oder mit hier so ein Direkt- mit so ein Ding hier. Das ist Kugelfischer. Ach, Kugelfischer, meine ich ja. Will man das? So was mit richtiger Einspritzung? Hat funktioniert. Boah, die Krümmerdurchmesser. Alter, war aber alter. Guck mal da von da drüben. Ja. Ich lasse dich jetzt einfach mal um den Motor gucken und dann kannst du dir gleich schon ganz komplett selber erklären, warum das Ding 470 PS hat. Das ist eigentlich relativ easy. Also was wir hier sehen ist, das ist ein heikles Thema. So ein Rohrdurchmesser, sechsmal bei einem Saugmotor, der ein geringeres Abgasvolumen hat, wie zum Beispiel ein Turbo aufgeladener Motor, ist natürlich echt, echt ein Wort. Das heißt, das Ansprechverhalten und das Fahrverhalten, wenn der 9000 dreht, bei 5000 wird wirklich Sack-Schrauben-Niveau sein, würde ich mal sagen. Dass da nicht wirklich viel los ist. Warum? Weil der Abgasgegendruck sehr gering ist. Das heißt, dass wenn das Abgasventil sich öffnet, die Sauberkeit oder die Perfektion eines Luft-Benzin-Gemisches im Brennraum wird relativ schlecht sein. Weil einfach der Austausch bei dem Viertaktmotor einfach dementsprechend schlecht ist. Das Ding ist einfach jetzt, wenn wir jetzt in der Volllast sind, dann kann der obenrum richtig durchhusten. Wie wir hier sehen, kann der gut reinhusten und der kann auch gut raushusten. Geht das alles auf einen? Das ist dann sechs in eins. Sechs in zwei. Sechs in zwei ist das. Okay. Krass. Geil. Und was verbraucht sowas? 30, 40? Ja, locker. Ja, locker. Also ich hab... Also 30 würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. Aber locker, locker. Und dann hattet ihr vorhin abgesprochen, dass wir den Wagen mit nach Hause nehmen dürfen. So war das. Genau. Du lässt uns noch ein bisschen Geld da und dann darfst du ihn mit nach Hause nehmen. Super. Okay. Und das waren irgendwie elf, ne? Ähm, ja. Nee, nee. Es waren fünf Raten A11, ja. Fünf Raten A11. Na gut. Es ist echt schade, dass du am Sonntag da bist, weil unsere Kollegen aus dem Handel sind heute nicht da. Ja, wirklich schade. Ja. Ja, E36 M3 Serie. E36 M3 Serie wäre eigentlich ein extrem sexy Daily Auto, ne? Wäre es wirklich jetzt. Ja. Nee, haben wir aber nicht. Ja. Aber was wir haben ist, wovon wir am Anfang gerade gesprochen haben. Wir haben unseren F1 Motor hier. Wir haben M12 Slash 13. Es gab 12er und 13er, ne? Okay. Ich hab mich sogar verteilt. 1,5 Liter. Ich hab 1,6 Liter gesagt vorhin. Und 1300 PS. Und du sagst es vorhin, es gab auch... Also es war die letzte Stufe, nicht in dem Weltmeisterjahr. Letzte Stufe, aber war jetzt circa 1400 PS drei Runden. In-Lab, Hot-Lab, Out-Lab. Mhm. Kopfschicht und ciao. Genau. Und dann neuer Motor rein. Mhm. Die Blöcke waren tatsächlich... Ist ja auch vernünftig. Gebrauchte Blöcke, das weiß ich. Gebrauchte Blöcke. Kraftstoffaufbereitung, Additive, die Nummer kennst du auch? Nö, aber ich denke mal Alkohol. Also es gibt Paul Rosche, es gibt so viele Geschichten von Paul Rosche und es gibt so viele Zitate. Das eine war, dass sie angefangen haben, irgendwann dem Benzin Wasser zuzumischen. 1%, 2%, 3%. Und dann irgendwann sagt er, und bei 8%... In den Einspritzprozess. Ja. Und bei 8%, also nicht in den Einspritzprozess, sondern tatsächlich in die Füllmenge. Also in die Füllmenge. Und dann kommt der Satz von ihm, und bei 8% haben wir rausgefunden, dass Wasser nicht brennt. Kluger Mann. Kluger Mann. Aber... Kühl. Wir haben auch rausgefunden, oder wir... Ich glaube, ich weiß noch was. Damit wussten wir auch, dass wir 8% von anderen Sachen mit reinfüllen können. Und dann war es in der Zeit, war es ja so, dass jedes Team mit seinen eigenen Additiven und Spritmischungen experimentiert hat. Durfte. Auch durfte. Ich habe letztes Mal mit einem Journalisten gesprochen, der damals Motorsportjournalist war, der sagt, du konntest damals die Boxengasse nicht von oben nach unten durchlaufen, ohne komplett dösig zu werden, weil halt diese ganzen Dämpfe in der Luft waren. Das war zum Schluss extrem aggressiv, die Mischung. Also wenn wir das Auto immer noch fahren, dann wird sofort, nachdem das Auto abgestellt wird, wird die ganze Sprit wieder abgesaugt, dass wir das nicht im Tank haben, nicht in den Leitungen. Andere Legende, damals zu der Zeit in den 80ern war es so, gerade wenn man in England unterwegs ist, gefahren ist, die ganzen Teams, oder die meisten Teams waren in England, sind die Mechaniker mit dem eigenen Auto angekommen und sind wieder nach Hause gefahren. Und wenn der Mann von Shell Total oder irgendwas gut drauf war, die haben ja nach den Rennen immer den ganzen Sprit zurückbekommen, hat der halt den Jungs, den Mechanikern immer so ein bisschen Sprit gegeben, für zum Nachhause kommen. Einer hat den BMW Sprit bekommen, der ist nicht weiter als aus der Boxen, oder aus der Fahrerleitung, aus und raus kommen. Alles, also die ganze, das hat sich die ganze Spritleitung, das hat sich alles gesehen, hat sich alles aufgelöst. Also was wir ja schon ein paar Mal in Videos hatten ist, wenn wir E85 fahren und der Ethanolgehalt da zu hoch ist, dass einfach der Weichmacher aus dem Gummi rausgezogen wird und so eine Spritleitung. Ich hatte zum Beispiel eine Erfahrung, Skyline umgebaut auf Ethanol auf E85, vor dem Winter, nach dem Winter, Kofferraum aufgemacht, hatte ich so eine Spritanlage, Kofferraum gebaut mit einem Sekundärtank, mit einem Catchtank und all so was. Und ich komme an die Leitung und die zerfällt. Die fällt einfach auf den Boden. Und da denkst du dir, oh, das ist, jetzt wird es ja nicht gut gelaufen. Kommen wir aber auf diesen Motor zu sprechen. Und zwar, 1,5 Liter Hubraum. Wir sprechen wirklich von 1,5 Liter Flaschen Milch. Das ist jetzt nicht viel Volumen. Andersrum gesprochen, ein 1,8T Motor aus dem Golf 4 hat 0,3 Liter mehr Hubraum. Das ist ein Motor, der serienmäßig echt nur tote Hupe ist. Jetzt haben wir hier 1,5 Liter Hubraum. Okay? Der dreht wie viel? Jetzt seht ihr hier 1,1, aber ich denke mal, die meinten 11, ne? Ja, ja. Das ist verschrieben. Ja. Oh, M3 E36 ist meiner, Alter. Jetzt sind es nur noch drei Raten. Nein, also, wir sprechen hier von 11.000 Drillen, würde ich mal ganz frech so behaupten. Und jetzt muss man sich überlegen, wir haben einen relativ kurzen, normalen Hub. Die Motoren, die hier verwendet worden sind, waren damalige serienmäßige Blöcke. 1,5er Motoren, Benzinmotoren, richtig? Ja, das war der M10 Block, der bis zu 2 Liter hatte. Genau. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, weil das Material sich setzt. Ja, das ganze Material setzt sich, der ganze Gussblock, ist ein Gussblock, ne? Ja. Ja, der Gussblock, alles setzt sich, das heißt, die ganze Hitzebehandlung, also Heat-Treatment, was es ja heutzutage auch noch gibt, ist alles durchgelaufen in einem sehr gleichmäßigen Prozess im Alltagsbetrieb bei irgendeiner normalen Person. Weil wenn man nämlich ganz moderne Motoren baut, ganz nagelneu vom Werk, dann gibt es immer noch Stellen und Bereiche, wo einfach sich gewisse Materialien noch nicht gesetzt haben in so einem Block. Und somit können Hitzerisse entstehen, wenn eine sehr hohe Belastung thermisch oder auch von einer Drehzahl oder von einer Verschütterung halt kommt. Somit haben Sie hier gebrauchte Blöcke genommen, 100.000 gelaufen. Ja, ja. Vom Schrottplatz teilweise. Ja, geil. Der Kollege hat auch gesagt, das sind teilweise Blöcke, die irgendwo im Eck liegen, wo die Leute, äh, ja, draufgepinkelt haben oder was auch immer. Und die werden halt dann hergenommen für solche Motoren. Vom Anlagen. Ja, genau. Genau. Ja, aber macht auch Sinn. So, jetzt stößen wir hier aus und wir haben gar nicht so einen großen Rohrdurchmesser. Wir erinnern uns gerade bei dem, bei dem Poker. Das war ja ein wirklich riesengroßer Krümmer. Hier haben wir Abgasvolumen wie ein Mann. Deshalb geht es natürlich, wir haben nicht 9.000, wir haben 11.000 drin. Wir haben ein höheres Drehzahlband plus der Motor fett auch hauptsächlich in einem hohen Drehzahlbereich, wo er wirklich sehr, sehr viel rausstößt. Jetzt kommen die Abgase hier raus. Zweiflutig. Wir haben also ein Twin-Scrawl-Abgasgehäuse. Das bedeutet, dass die Stoßaufladung der einzelnen Kolben, ja, geht in einem Rhythmus durch den Krümmer durch und kann dann hier, und kann dann hier durch die einzelnen Kanäle durchstößen. Was der große Vorteil ist, die kommen so durch, Stoßmoment, wenn die, wenn die Abgase über die Turbine treffen und dann im zweiten Moment auch. Somit haben wir eine durchgehende, antreibende Kraft und können ständig Boost produzieren. Auf der Gegenüber der Seite natürlich der Verdichter. Kleiner Verdichter. Nicht. So, was wirklich, was ich damals schon sehr interessant fand, ist, dass die, die Drosselung oder die, das ist wirklich krass, die Dosierung der Leistung ist eine Drosselklappe, die vor dem Verdichter geschraubt ist, Leute. Das bedeutet, dass es nicht in der Ansaugbrücke ist, sondern das ist vor dem Verdichter. Das bedeutet, wenn der jetzt hier, der geht in die Kurve rein, Ladluftkühler, ja, alles, nee, hier, Ladluftkühler hier so zwischen, so ein Riesending war es, der so im Fahrtwind war, den sehen wir, das ist wieder zu weit laufen, aber der steht hier ungefähr, der Ladluftkühler, rein und dann hier oben so hier rein, Richtung Drosselklappe rein. Das ist alles noch unterwegs, während der Kollege, mhhh, deswegen sind moderne Motoren eigentlich Drosselklappen alle hier, ja, dass er dann hier noch einen Schubumluftventil hat, das er dann halt hier nicht mehr hat in dem Betrieb, richtig? Oder hat er einen Schubumluftventil überhaupt? Ich glaube, gar nicht, hat er gar nicht, ne? Nein, hat er nicht. Schubumluftventil bedeutet, wir haben bei 11.000 Drehungen, gehen wir aus dem Gas, die Turbine dreht sich, der Laddruck will ja immer noch volle Mühe. Der Ladder sagt ja nicht Stopp, sondern der Ladder dreht sich und da ist kein Schubumluftventil, was wirklich, wo der Laddruck entweichen kann. Das heißt, wir haben wirklich volle Möhrebelastung auf Ansockbrücke, auf alles Mögliche. Das heißt, der Vorteil ist, wenn du wieder aufs Gas gehst, der Laddruck ist da. Das heißt, wieder auf und volle Möhre wieder Krieg. Ja, schon sehr, sehr extrem geil. Was wir hier auch sehen ist, dass wir eine Trockensumpfschmierung haben. Wir haben hier einen zweiten Riemen, der von der Kurbelwelle weggeht, auf den zweiten hier außen. Sexy. Und noch was, die Jungs bei so viel Leistung, so einem kleinen Motor, so viel Lagerdruck, ein Waste-Gate. Warum nur ein Waste-Gate? Weil die waren froh um jedes Abgasvolumen, was sie hatten, was den Lader antreibt. Somit war das hier, ich denke mal, die Leitung hier, Waste-Gate, war seltenst auf. Das war irgendwo, sechste Gang. Wenn der kurz am drittsten begrenzt, da haben sie irgendwann mal gesagt, jetzt reicht es auch mit dem Abgasstrom. Ja, man muss sagen, dass er in dem Rennen ist er ja extrem, also Piquet ist ja auch deswegen Weltmeister geworden, weil er extrem intelligent damit gefahren ist. Also er hat, wenn er es nicht gebraucht hat, dann Ladedruck immer extrem runtergefahren und hat ihn nur dann hochgefahren, wenn er wirklich gebraucht hat. Also dass das Ding über ein ganzes Rennen komplett unter Druck stand, ist ja auch dann... Aber 800 PS hat er gefahren. Guck mal, 800 PS? Fahren wir jetzt teilweise auch noch mit dem Motor, selten. Wann, wo? Zandvoort oder Goodwood oder was, wenn er fährt. Oder wenn mal der Piquet Junior auf dem... Wir sind im Timmelsjoch gefahren mit dem Auto, im Timmelsjoch abgesperrt. Ich habe jetzt eine eigene Strecke, wollte ich nur mal eben erwähnen. Okay, weiß Bescheid. Eine eigene Strecke? Es war nur 1,1 Kilometer, aber... Ja, eine Kurve ist auch, aber alle anderen Kurven sind dafür gut. Nee, okay, geil. Aber sehr, sehr, sehr interessanter Motor. Ich denke auch für euch ist es interessant, weil man redet ja oft so, ne, über diese Motoren. Früher, Formel 1 war das viel krasser. Das ist er. Das ist der Motor. Dann kommen wir zu Formel 1 heutzutage. Ansaubbrücke V10, Formel 1 damalig. Das heißt, hier war so ein Kasten, Saugmotor natürlich. Und hier war das so, dass der Benzinnebel vor dem Luftstrom gesprüht wurde. Und da gibt es auch eine geile Aufnahme über YouTube. Das machen wir mal rein. Haben wir schon ein paar Mal reingemacht. Können wir nochmal reinmachen. So sieht das aus. Das heißt, du musst überlegen, hier in dem Bereich war komplett Spritnebel. Und durch diesen extremen Druck, Unterdruck, der in dem Kanal herrscht, der in den Motor rein saugt, bei 15... Hier steht auch 1.100, aber der dreht mehr als 11.000, der drehte... Der hat 17, 18 gedreht. 17, 18... 18.000 Umdrehungen? Das falsche Schild. 1,5... Hatte der 1,5 Liter? Die... Ne, das ist das gleiche Schild. Guck mal, auch 1.300 PS hat der ja nicht gehabt. Aber nicht 10 Zylinder. Ja, nicht. Niemals. Wollen wir nicht weitergucken? Wir gehen weiter. Hier, das ist eben nochmal P65. Ja. Das ist der aus dem Limon-Auto. Normalerweise ist er sauber. Also nicht aus dem Limon-Auto, sondern so ein Motorrad. Ich weiß, ich weiß aber selbst, dass er hier so steht. Also wie sauber ist er. Ist ja nichts. Habt ihr gerade sauber gemacht? Ja, du hast heute Morgen angerufen. Um halb vier warst du da. Das heißt, er hat noch einmal die Putzkörnern durchgeschickt. Nein, Quatsch. Also du findest... Wenn du Staub suchst, dann findest du auch. Also der hat aber auch dann mit den erlaubten Durchmessern vom Ansaugtrichter. Weil das war ja damals das Bottleneck, womit sie die Leistungen reglementieren konnten. Balance of Performance. Also offen gab ja auch die Aussprache. War ja der letzte Motor, der vom Roche produziert oder entworfen wurde. Frage nach Leistung sagt er, so viel sie wollen. Aber tatsächlich waren es bis zu 800 PS. Sauger. Sauger. Also wir haben ja in einem Auto haben wir den Motor ja offen. Ohne irgendwie E-R-Restriktoren. Und das ist der X5 Le Mans. Ah jo, der hört sich auch krass an. Ja, kommt drauf an, mit welcher Abgasanlage du ihn gehört hast. Also wir haben zwei. Wir haben eine komplett offen. Und dann hat das Ding so 750, 760 PS. Steht heute leider nicht hier. Boah, ihr macht schon coole Sachen. Wir sind viel zu spät hier. Wir haben noch was. Also wir haben uns ja mal über deine E30 unterhalten. Ja. Und du wolltest ja ein anderes Triebwerk. Ja. Sonst haben wir dir gedacht, dann wird dir das organisiert. Ja. Wir wissen ja nicht, wie man den Luftfilter unter der Haube unterbringt. Nee, der hat den Inruf. Getriebe steht auch schon da. Also, das finde ich ja wirklich ganz wichtig ist. Ja. Das ist das Ding davon. Rolls Royce Motor aus den 30ern. Mit dem dazugehörigen Getrie. Frage. Ja. Was ist das? Ich würde sagen, das ist irgendein Nebenaggregat. Ja, genau. Also ich würde auch sagen Wasserpumpe. Das da? Ja. Ja, weil du hast hier die Pumpe, du hast hier das Draht und hier hast du die. Okay, das ist der Anlasser dann. Ja, klar, das ist der Anlasser. Das denke ich mal wird die Wasserpumpe sein, die hier irgendwie nochmal speziell gekühlt wird. Ich finde, bei Rolls Royce haben die alles sehr kompakt gebaut. Ja. Die machen alles. Geile Farbe. Hier oder hier? Hier. Der Gelb. Auch noch nie gesehen so. Der ist der neu? War das letzte Mal da? Nein, ne? Nein, der war nicht da. Ja, wir haben ja drei. Also drei Zugelassene. CSL. Wir haben ihn. Dann haben wir noch einen Orangen. Und den mit den Flügeln, also das Batmobile. Übrigens, schon gefahren? Nein. Einer der geilsten BMWs zu fahren. Ja. Also wirklich, vom Fahren her. Mythos, hin und her, M1, super cool, wo das Ding zu fahren ist. Warum? Weil er roh ist und weil er den M30 Motor hat. Geht er auch gut quer. Viel besser als alles andere. Also viel besser als ein M1 sowieso. Ja, das ist auch so. Er hat genug Leistung. Die Reifen sind sowieso ein bisschen überfordert, gerade wenn du die hast. Und das Gute bei den CSL ist, die haben ja der Material rausgenommen. Haben ja teilweise, also Aluhaube, Alutüren. Und das Ding kriegt, also bei dem ist nicht ganz so krass, aber bei dem mit den Flügeln, bei dem ist auch jeder ein bisschen anders. Der hat eine, der kriegt bei dreieinhalb, viertausend Umdrehungen, kriegt die ganze Karosserie so eine Eigenfrequenz, dass das Ding nochmal komplett das Dröhnen anfängt. Also du hast ein Ansauggeräusch, du hast ein Abgasgeräusch und du hast dieses Geräusch von der Karosserie. Das ist so geil. Du meinst, das Geräusch wie beim M3 E30, wenn der so die 6000 überschreitet, wenn dieses Kettensinn-Geräusch anders? Anders, weil also das ganze Auto ist so ein Resonanzkörper, ein Resonanzkörper. Wegen Alu meinst du auch? Stimmt, wegen Aluzeilen. Also es ist schon, und es macht einfach super zu, es ist super zu beherrschen. Es ist auch mit am leichtesten quer zu fahren. Das muss ich auch wirklich sagen, weil du bist relativ schnell drin. Ja, aber ganz ehrlich, gibt es ein BMW-Fahrzeug, was schwer ist, quer zu fahren? Jetzt mal ganz ehrlich. 2.16i Grand Tour. 2.16i Grand Tour, ja okay. Ich bin im alten Bau, ja. 1990, 2000, ein bisschen neuer noch vor. Aber, ähm, nein, tatsächlich ist es, also es ist natürlich immer eine eigene Wahrnehmung, aber ich habe mit den Autos mit am meisten Spaß gemacht. Ich muss auch, ich muss auch, ich muss auch ehrlich zugeben, vielleicht ist es nicht ganz so, was die Marke so hören will, wofür sie so stehen will, aber für mich ist das der Inbegriff des perfekten Querfahrens, was auch gleichzeitig bedeutet, dass er Fahrspaß jetzt für mich als Jean-Pierre, es gibt andere, die natürlich ganz andere Bereiche so haben, aber der BMW, ich sehe den E34 da, ich sehe all die Autos und ich weiß, und ich rede, jetzt rede ich ganz offen, ich steige da ein und habe eine Mords-Gaudi. Bei Porsche ist das Querfahren zum Beispiel eine ganz andere Nummer, da denke ich gar nicht ans Querfahren, das ist gar nicht so meine Baustelle bei Porsche. Aber du, ich sehe die Autos und ich weiß, das Auto wird mir einen unfassbaren Spaß bereiten. Ob der 635 CSI, der 2002, der TI, das ist alles Peng, du weißt, du steigst ein und dieser Grundgedanke eines Sportwagens, Spaß zu haben, erfüllen die Autos immer, Punkt. Und das ist halt geil. Das war mit dabei, so, Lastenheft, Hammer, weiter, mach mal weiter. Ist ja wirklich so. Wie viele Autos Sperrdifferenziale haben? Du kannst sogar im 730i Automatik, holst du dir ein 25% Sperrdifferenzial dazu. Macht super Sinn. Ähm, den muss ich mir noch einmal angucken. Ich erinnere mich an die Insta-Story. Du darfst nicht gucken. Ich hab schon gelesen. Ah, Mist. Okay, also ja, ist eine Replika. Nein, du kannst ihn außer dem Zettel nur an zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist der Abschlepphaken, der hier anders ist als beim Original, tatsächlich. Aha. Er läuft. Wir wissen es nicht. Und das Auto haben wir vor drei oder vier Jahren aufgebaut, zusammen mit Schnitzer. Einfach aus dem Grund, wir haben das originale Auto, steht auch im Museum. Wir wollen das Auto auf der Strecke haben, wollen es fahren und haben gesagt, komm, lass uns einen zweiten bauen, dass wir mit dem Auto auf die Strecke gehen können und den anderen erst mal ins Museum stellen. Und er hat hier noch ein kleines Versteck, das kann ich dir leider nicht zeigen, weil es mit schraubenfest ist, der hat in der Mittelkonsole eine Blende und dahinter ist ein Data-Recording. Okay. Einfach nur zum Auslesen danach, ob irgendwas in Ordnung ist. Was mich gerade stolz macht, ist, wir haben die Nuss auch. An unserem Golf 2 oder so einem E30. Ja, sexy. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ob Replika oder nicht, ist echt peng. Aber die ist schon fast zu gut. Wenn man jetzt so reinkommt mit dem Chrom und so und alles ist so super. Ja, klar, aber gut, wenn du eine Replika machst, dann machst du natürlich jetzt erst mal das andere Auto. Deswegen darf das andere Auto jetzt auch quasi auch irgendwie in Ruhe altern und genau sowas dann auch kriegen. Ja, geil. Das ist schon echt geil. M5 Touring E34, handgeschaltet. Da gab es ja nur handgeschaltet. Und mit einem grandiosen, mit dem besten, ja, und mit dem besten, das willst du nicht hören, weil es interessiert nicht. Geile Schiebedach, was das geht, dass es irgendwie gegenläufig öffnet. Unsere Fotografen, wenn wir Fotos machen, haben sie gesagt, am liebsten hätten sie das Auto als Fotoauto, kriegen sie natürlich nicht. Wahnsinn. Du musst noch aufpassen, also wir gehen jetzt da rein und bitte nicht zu weit nach links schwenken. Sobald du irgendwas mit Tarnfolie siehst, schwenkst du wieder zurück. Okay. So, jetzt sehen wir da hinten Sachen, die dürfen wir nämlich nicht filmen. Da steht ein Prototyp. Uh, so, ziemlich funky aus. Krass, ne? Doch. Ich finde das geil. Ja, schon. Hab ich auch noch nie gesehen. Das ist wie ein Arschloch, ne? So, hier haben wir E23, erste Baureihe 7er. SA steht nicht für Sonderaufstattung in dem Fall, sondern für Südafrika. Das ist gleiches Thema wie beim 333, südafrikanische Kollegen sagen, wir brauchen was anderes. Wir brauchen Power, unser Sprit ist schlecht. Wir brauchen Power, wir haben teilweise Hochgebirge, wo wir einfach dünne Luft haben. Genau. Also geht man her, nimmt den 7er. Handgeschaltet. Handgeschaltet, also es gab nur knapp 200 Stück. Ob das schon geht? Ja, geht schon. Upsi, krass. Ja, okay. Da seid ihr jetzt echt mit den ersten, die es sieht, weil der kommt eben, letzten Montag ist er in München aus dem Zoll gekommen. In dem Zustand? In dem Zustand kam er jetzt aus dem Container. Ja, gut, wir haben ihn nochmal sauber gemacht. Okay, eine Lackierung. Aber so haben wir jetzt bekommen. Wir haben auch lange dann dafür gekämpft, dass wir jetzt endlich hier in der Sammlung haben, weil es ist ein Auto, was auch eben zu uns gehört. Ein Stück weit. Es war nicht nur das, es war, also gut, E23 haben halt einige her, aber so eine hat uns eben noch gefehlt. Ja, ja, hab ich noch nie von gehört. Ein Siebener mit einem M1-Motor. Und was bei dem Auto noch, also Schaltgetriebe hattest du ja schon gemeint, was bei dem Auto noch ganz besonders war, ist, dass die in Südafrika auch... Die Lüftung links ist anders. Die ganze Lederausstattung war damals ein Pilotprojekt für BMW. Man hat die Lederausstattung komplett mit Leder aus Südafrika bezogen. Und da hat man damals, also es war so das Erste, dass man gesagt hat, wir versuchen das jetzt mal... War da so viel Geld früher? In Südafrika. Ja, also viele hatten gar nichts oder haben gar nichts, aber es gab halt auch so eine Elite, die deutlich Geld hat, deutlich Geld hatte. Und da hat man dann eben auch, also es ist südafrikanisches Leder und es war dann damals auch aufgrund dessen, es war so das Erste Auto, sind dann auch immer mehr Lederausstattungen aus Südafrika für andere Autos, die nicht da gebaut worden sind, gemacht worden. Sind wir jetzt auch tatsächlich alles erst dabei, das Ganze rauszufinden, die ganzen Geschichten, Umstände von dem Auto. Also sicher ist nur, dass das Auto eben von Herrn Pischitz-Rieder gefahren wurde in Südafrika, der ja auch dann mal Vorstand war bei BMW. Und vor seiner Zeit, eben beim Vorstand, war er eben bei BMW Südafrika. Und das war quasi sein... Zum Sonnetanken. So, abschließend tun wir das Ganze jetzt hier mit einem Auto, was ich gerade hinter uns sehe. Und zwar ist das originale Mr. Bean-Auto. Der hat da oben drauf gesessen. Ja. Den hat er unterschrieben. Vielleicht sogar reingefutzt. Ja, wahrscheinlich. Mit Unterschrift. Ach, und der Fahrer saß also hier unten rechts? Genau, und der saß hier so weit unten, das siehst du ja. Ja, ja, sehe ich. Dass er quasi mit, also steuern konnte, hier siehst du das Lenkrad. Guck mal, das ist ganz spannend. Ja. Du denkst nämlich, erstes wäre das Lenkrad da oben. Siehst du das? Ach so, ja. Aber siehst du da runter? Ach, krass. Da unten drunter ist nochmal ein Lenkrad. Geil, na hier hat er dann Gas gegeben. Ja, geil. Siehst du auch nicht jeden Tag. Nee, und ich frage mich gerade auch tatsächlich, wie hat denn der da rausgeguckt? Die haben das ja abgesteckt. 35, wir haben ja so ein James-Bond-Auto, der hat ja Screens gehabt, der hat zwei Kameras. Der hat ja nichts. Aber die Engländer sind ja eh schmerzfrei. Einfach nur Lenker gerade und dann gehofft, dass nichts passiert. Und ich gebe ihm. So, ich bin jetzt langsam müde. Okay. Vielen, vielen Dank, war sehr, sehr, sehr geil. Ich bin mir sicher, es war ein letztes Mal, dass wir hier waren. Danke sehr. Gerne. Danke sehr. Danke sehr. So, ich hoffe für BMW Freaks, ja, endlich hören wir es mal nach, gut, dass wir mal hier waren. Aber ich habe gesehen, es gibt noch ganz viele andere Themen, die wir hier bestimmt mal ansprechen können. Hin und wieder mal. Wir schauen. Es ist gut, dass du im Winter kommst, dir ein bisschen was angucken kannst und dich dann freuen kannst, wenn die Salz von der Straße ist und man vielleicht so ein paar Autos mal nicht nur Probe setzt. Ja. 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 Ja.